Mit der richtigen Strategie sind die Dealsizes viel, viel höher. Also man kann dort Unternehmen erreichen, die erreichst du auf anderen Kanälen nicht, die erreichst du nur auf LinkedIn. LinkedIn ist da, wo Facebook 2016, 2017 war, ja, auch mit Ads. Wenn du da eine geile Strategie hast, gerade 2,23, es wird nicht günstiger. Branchenentscheider, die man schwer erreichen kann, kann man eigentlich mit LinkedIn teilweise dann ganz gut erreichen.